Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Videoreihe Vorbereitung auf die IHK Abschlussprüfung Musterfragen inklusive Lösungen. Auch heute haben wir Ihnen wieder drei Musterfragen inklusive Lösungen mitgebracht. Starten wir gleich rein in die erste. Die erste Frage 14 lautet Die Businessfragen GmbH liest vier neue Firmenfahrzeuge. Welcher Vertrag liegt dem Leasingvertrag zugrunde? Antwortmöglichkeit 1 Es handelt sich um einen klassischen Kaufvertrag. Antwortmöglichkeit 2 Es handelt sich um eine Sonderform eines Dienstvertrages. Antwortmöglichkeit 3 Es handelt sich um eine Sonderform eines Mietvertrages. Antwortmöglichkeit 4 Es handelt sich um eine Sonderform eines Kreditvertrages. und Antwort 5 Es handelt sich um einen Werkvertrag. Und wenn wir, oder wenn Sie die Aufgabe zuerst einmal selbst lösen möchten, dann bitte einfach den Pause-Button drücken. Wir gehen jetzt gleich über zur Lösung. Wenn wir uns die Definition anschauen eines Leasings, So stellen wir fest, dass unter einem Leasing eine mittel- bis langfristige Vermietung oder Verpachtung von Wirtschaftsgütern durch den Eigentümer verstanden wird. Und wenn wir dieses Wissen jetzt hier anwenden, auf diese 5 Antwortmöglichkeiten, dann können wir schon einiges ausschließen. Also einerseits einmal handelt es sich hier nicht um einen klassischen Kaufvertrag, weil wir kaufen hier ja nichts im klassischen Sinne. Ein Dienstvertrag liegt auch nicht vor, denn es handelt sich ja hierbei nicht um ein Angestelltenverhältnis. Einen Kreditvertrag, also wir haben auch kein Darlehen oder keinen Kredit aufgenommen. Und es handelt sich auch um keinen Werkvertrag. Und aus diesem Grund können eben 1, 2, 4 und 5 ausgeschlossen werden. Und wenn wir die Antwortmöglichkeit 3, es handelt sich um eine Sonderform eines Mietvertrages, mit der Definition vergleichen, so kann nur die Antwort 3, es handelt sich um eine Sonderform eines Mietvertrages, die richtige Antwort sein. Ja, gehen wir dann auch gleich schon weiter zur Frage 15. Die Businessfragen GmbH bietet Kurse für Unternehmensgründer an. Ermitteln Sie den Angebotspreis pro Teilnehmer auf Basis der nachfolgenden Informationen. Variable Kosten pro Teilnehmer sind 50 Euro. Die fixen Kosten pro Teilnehmer betragen 80 Euro. Und der Gewinnzuschlag, welcher erzielt werden möchte, beträgt 15%. Und auch an dieser Stelle bitte einfach wieder den Pause-Button drücken, wenn Sie zuerst einmal selbst lösen möchten. Wir gehen jetzt gleich über in die Berechnung. Im ersten Schritt müssen wir einmal die Kosten, welche wir haben, berechnen. Und hierzu zählen wir einmal diese Variablenkosten von 50 Euro und die 80,50 Euro der fixen Kosten. Und wenn wir diese beiden Kosten zusammen zählen, so kommen wir auf Gesamtkosten in Höhe von 130,50. Und zusätzlich zu diesen 130,50 Euro möchten wir von den Teilnehmern auch noch zusätzlich 15% erhalten. Und dementsprechend müssen wir auf diese 130,50 Euro noch einmal 15% draufschlagen. Und das machen wir, indem wir einfach die 130,50 mal 115 durch 100 oder 130,50 mal 1,15 multiplizieren. Und daraus ergibt sich dann eben ein Angebotspreis in Höhe von 150,08 Euro. Ja, und somit sind wir auch schon bei der letzten Frage des heutigen Videos angelangt, bei der Frage 16. Ermitteln Sie den Wareneinsatz der Businessfragen GmbH. Der Anfangsbestand beträgt 150.000 Euro. Im Laufe des Geschäftsjahres wurden Waren im Wert von 1.650.000 Euro zugekauft. Die Bezugskosten hierfür haben 25.000 Euro betragen. Im Gegenzug haben wir von unseren Lieferanten 7.500 Euro Rabatte erhalten. Und laut Inventur liegt ein Schlussbestand in Höhe von 350.000 Euro vor. Auch an dieser Stelle wieder der Hinweis zum Selbstlösen. Bitte einfach kurz den Pause-Button drücken. Ja, steigen wir gleich ein in die Berechnung. Hierfür starten wir immer mit dem Anfangsbestand. Also die Basis ist der Anfangsbestand mit den 150.000 Euro. Dazu gekommen während des Jahres sind die Wareneinkäufe in Höhe von 1.650.000 Euro. Ebenfalls haben uns die Beschaffung dieser Waren, also der Bezug, hat auch Kosten verursacht. Das wären dann eben diese 25.000 Euro. Und im Gegenzug haben wir aber von den Lieferanten 7.500 Euro erhalten. Diese müssen wir dann abziehen. Und auch der Schlussbestand ist abzuziehen, weil diese 350.000 Euro Waren im Wert von 350.000 Euro haben wir ja noch vorliegen. Und wir wollen wissen, wie hoch unser Wareneinsatz war, also wie viel wir während des Jahres verbraucht haben. Und aus diesem Grund muss eben dieser Schlussbestand eben auch abgezogen werden. Und wenn wir dann diese drei zusammenzählen und die erhaltenen Rabatte bzw. den Schlussbestand subtrahieren bzw. gegenrechnen, so kommen wir dann am Ende auf einen Wareneinsatz von 1.467.500 Euro. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Übungsvideos angelangt. Wenn Sie weitere Übungsaufgaben oder Musterfragen inklusive Lösungen erhalten wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal Businessfragen abonnieren oder eines unserer nächsten Videos besuchen.